Ey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ja zu der ersten Folge Lucky Vlog Mods Bedrohls. Was geht mit Alpha? Nicht Lucky Vlog. Hä? Ne, mit Alpha. Ja, ich meine natürlich Mods Bedrohls. Was geht, Leute? Und zwar die erste Folge auf meinem Kanal. Ihr habt so geschrieben. Ey, mach mal Mods Bedrohls, Leute. Und wir spielen heute Mods Bedrohls. Und zwar ist die ganze Base aus Emerald Blöden. Was geht? Ey, du kaufst ja schon, Alter. Und zwar, Leute, wir dürfen am Anfang noch nicht die Emerald Blöcke abbauen, erst später dann. Weil es wäre unfair. Da müssen wir gar nicht in die Mitte. Was geht? Ich bin gerade so langsam, Alter. Junge. Ja, Mann, was geht? Bist du schon in der Mitte? Nein. Alter, du bist schon da, Alter. Junge, was soll das? Da bin ich nicht. Da bin ich nicht, Ente. Junge, warum bist du schon in der Mitte, Alter? Ich brauche das doch. Bitte. Ich bin mega. Junge, gönn doch, Alter. Warte mal, ich muss jetzt mehr aufwäsch... Nein, ich bin runtergefahren. Ich bin so schlecht. Warum passiert mir das jedes Mal? Ja, Mann, jedes Mal, Leute, passiert mir das. Wirklich, ich bin so schlecht immer. Alter, was soll das? Junge, du farbst einfach die ganze Zeit durch. Ich brauche auch welche. Gönn doch mal. Bäh, ehrlich, Bäh. Junge, gönn mir doch auch mal, Alter. Ich komme jetzt. Was geht? Bitte, Alter, wie viel farbst du? Ich will auch welche. Alpha, gib mir welche ab. Bitte. Ich brauche Spende. Bitte, Alpha. Das war's schon. Junge, was soll das? Es gibt McNuggets. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Alter, Leute, ey. Ich habe noch 12 Emeralds. Bitte, Alpha, bitte. Bitte, gönn doch mal. Ich habe gar nichts, Alter. Warum hast du schon den Flammenwerfer? Und warum kostet der nur 30? Dir ist das viel zu gut. Was geht? So. Loot Cases. Alter, da kommt mir wieder Crap raus. Ich brauche mehr. Ab wann hier fahre ich die Dings ab und die Bait? Weiß ich nicht. Ey, geh back, bitte. Was geht? Was ist das, Alpha? Was ist das? Junge, was hast du da gezündet gerade? Was macht das? Lol. Alter, da fliegt die ganze Zeit Emeralds rum. Nein, ich fliege auch hoch. Alter, was soll denn das? Junge, ich bin gerade gestorben wegen dir. Ich auch. Alter, was geht? Oh mein Gott, meine Items sind noch zu mir. Ich habe meine Items auch gesaved. Es ist tatsächlich wieder gar nichts. Ey, damit werde ich gleich meine Base kaputt machen. Was? Nein, bitte, bitte, bitte. Ich brauche die Emeralds noch. Ich will die doch alle abbauen. Alle deiner Emeralds werden wegfliegen. Denk nicht, Alter. Ich will die doch abbauen. Junge, das ist dein Ende Ende. Was soll das? Junge, übertreib halt. Ey, ich kriege halt gar nichts Gutes daraus bis jetzt. Obwohl, ist okay. Ja, warte mal. Alpha, ich muss kurz mit dir reden. Warum? Ey, komm mal kurz, liebe... Alter, nicht mit Bogen. Junge, Junge, Junge. Ey, beruhig dich. Ey, ich muss mal gleich ganz kurz mit dir reden. Es geht um wichtige Dinge. Okay, du willst reden, verstehe. Ja, ja, ich will mit dir reden. Ey, gib mir doch ein paar Minuten. Ich muss dich vorbereiten auf das Gespräch. Ich bin ganz unterwegs. Ich muss dich auch auf das Gespräch vorbereiten. Was geht? Äh, was geht? Alpha? Warte, ich muss kurz nochmal zurück. Lieber ein paar Sachen weglegen. Äh, was geht? Äh... Äh, was denn? Junge, warum baust du zu, Alter? Ist das dein Ernst? Ich hab gelernt aus vielen. Als ob du das so schnell gecheckt hast. Komm raus, Alpha. Jäh. Junge, komm raus. Ich sag's dir. Junge, komm doch raus. Ey, ich sehe, dass du dein Energetest bist. Alter. Warte. No, lass auf. Uh-oh. Junge, was hattest du für einen Helm? Obwohl, der macht keinen Effekt. Was geht? Deiner Face. Feuer. Nein, check da jetzt. Nein. Ey, wieso hältst du so viel aus? Junge, das ist mir gerade fast Musik. Nee, das war nur Spaß. Ich wollte dich eigentlich scampen. Wie scamp? Abziehen. Was wolltest du von mir klauen? Nein. Die Rakete trifft dich. Die hat dich richtig anvisiert. Alter, was ist das für eine doofe Rakete? Au. Oha, wie viel Damage du mehr machst? Ich hab einfach Hälfte der Herzen verloren. Warte. Ey, ich treff nicht. Das ist dein Ende. Das ist dein Ende. Junge, wie viel spammst du, Alter? Spamm halt weiter drauf. Übertreib halt. Okay, mach ich. Nein. Warte, Leute, ich muss mir jetzt eine Schutzwand bauen. Was geht? Nein. Lol, du bist einfach zu. Alter, der ist mega stark. Ey, wo ist meine Glücksspitzhacke? Da. Ich muss unbedingt weiterfahren, dass ich mehr Zeug habe. Alter, geh weg, Alpha. Junge. Alter. Blieg runter. Nein. Ey, das macht einfach so wenig Damage. Warum hast du mich neulich so krass damit gekillt? Ich schaff das einfach nicht so. Das ist nicht gut. Ey, trotzdem, Alter. Junge, geh weg. Alter, nicht runterwerfen. Bitte, Alpha. Junge, ich sag's dir. Ja, Alpha. Ey, denk nicht. Sollen wir ab jetzt die Base abbauen? Äh, bin egal. Ah, nee, lass doch ein bisschen warten damit. Nee, nee, nee. Hä, was? Bitte. Nein, 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 bitte. Ich will nur warten, weil ich jetzt keine Emeralds habe. Hä? Vielleicht? Also nicht mehr warten, gleich abbauen? Nein, nein, ich wollte gleich ab. Kein Problem. Ey, Junge, baust du schon ab, oder was? Nein, so bin ich nicht. Ey, doch. Natürlich machst du das Same. Nein. Ey, ich hab so viele Emeralds jetzt. Ich bin jetzt einfach so reing. Ja, ja, ja. Ey, was machst du da gerade? Wie, was mach ich? Hä, was machst du denn? Du machst voll viele, aber die haben deine halbe Base schon abgebaut, Same. Nein. Doch, Junge. Ich glaube, ich räume mich ein bisschen. Ey. So, warte, ich kaufe jetzt Cases. Was geht? So. Ey, ich muss die alle aufmachen. So, bitte, bitte irgendwas Gutes. Ich brauche hier was Gutes gegen Alpha. Ey, ich kriege so viel Crab raus, Alter. Was soll das? Wohl? Ecke. Was geht? Du wurdest das stark, glaube ich, das Schwert hier. Boah, die sieht krass aus, die Spitzhacke. Oh, die baut voll schnell ab, Alter. Alter, hey. Junge, ich mach einfach zu, als ob du mich gerade gekillt hast. Ja, aber ich... Ey, gib mein Zeug her. Dein Chicken Nuggets Generator will ich behalten. Welcher Chicken Nuggets... Was laberst du, Alter? Hör auf, mit dem Flammenwerfer umzuspielen. Junge, au. Junge, hör auf, der tut weh. Ey, komm her, warum kannst du fliegen? Das ist so unfair. Ich will das mitnehmen. Was, Alter? Hör auf, mein Aeroid zu klauen. Du brauchst meine Basis ab. Egal. Junge. Ey, sieh nix. Gut so, geh weg aus meiner Base. Ich muss mein gutes... Du hast einfach mein gutes Schwert gescappt. Nein. Ey, Leute, ich hab so Angst, dass meine Base kaputt. Ich mach dann, hab ich gar keine Aeroids mehr. Ey, hör auf zu spielen, Alter. Junge, du baust die halbe Base ab. Ich fall da fast runter. Hör auf. Hey, du bist nicht... Geh aus meiner Base raus. Junge. Du kennst mich, Junge. Geh aus meiner Base raus. Du skämst mich. Du hast noch so viele Aeroids selber. Du kennst mich. Hör auf. Eifer, aber treib halt. Junge, du bist so gierig. Okay, du schießt mich ab, dann wirst du sehen. Ja, du bist so gierig, Alter. Leute, der nimmt einfach mal die ganze Base aus. Ach, da ist das Schwert. Okay, da war ein Starker. Ich wollte es nicht machen, aber du bist gemein und schießt mich ab. Was wolltest du machen? Ja, hast du verdient, Alter. Natürlich schieß ich dich ab. Du bist fies zu mir. Hey, was war mit mir? Junge, du bist so fies zu mir. Natürlich schieß ich dich ab. Das hast du verdient. Das ist ein Ende. Hä? Was ist das, Alter? Alter, was ist denn so eine Bombe? Junge, was war das? Lol, das war so eine Ambrustbombe, Alter. Ich war ja voll schwach. Ey, du hast einfach mal einen Job gekillt. Hehe, gut so. Was reib halt. Ey, ich kann immer nur nicht fliegen mit meinem Zeug. Wie lame. Haha, eigentlich wollte ich was anderes machen. Ich wollte eigentlich ein paar Ambrust mitnehmen, weil... Was? Ich wollte halt nicht mehr eine Riesenladung mitnehmen. Ey, was ist das? Warte, ich kann nicht... Lol, ich habe die Bombe runtergeschoben, Alter. Warum geht das? Ja, warte, ich habe die weggeschoben. Die ist nicht explodiert. Haha. Oh nein, du hast meinen Blatt kaputt gemacht. Verdient. Komm her. Alfa. Warum kannst du fliegen? Hör auf. Nein, nein, nein. Ich muss die wegschieben. Ich muss die wegschieben. Nein, nein. Bleib mal weg. Haha, sie ist wieder unten. Lol, das war so knapp, Alter. Leute, das wäre fast schiefgegangen. Hoppala. Äh, Junge, Junge, Junge. Ein Feuer auf. Nein. Das Loch, das Loch. Und bitte, bitte geh weg. Bitte. Nein, nein. Nein. Oha. Alter, ich wird hochgewerbelt. Nein. Junge. Ich habe die ganze Zeit. Junge, meine halbe Phase ist zerstört. Ich konnte nicht mehr runterziehen. Es war zu spät. Alter. Ich hoffe, sie kommen schon. Nein, auf zu fahren, Mann. Ich sage es dir. Ich schlage dich. Mach doch. Ey, ich habe keine starke Waffe mehr. Was soll das? Junge, hier ist alles zerstört. Ich finde deine Base irgendwie voll schön, Ente. Nein, die ist jetzt richtig kaputt. Nein, hör auf. Bitt, ich kann die nicht wegschieben. Ich kann die Baume nicht wegschieben. Nein, nein, nein. Nein. Junge, das reißt alles mit nach oben. Aber ich kann jetzt ins Wasser gehen, glaube ich. Da gehe ich nicht drauf. Oder safe dich. Nein, ich habe es nicht geschafft. Alter. Junge, du nimmst die Base auseinander. Oh, ich habe keine mehr. Ich muss neue kommen. Junge, ich habe so viele Löcher in meiner Base. Alter, wie soll ich jetzt noch auskommen so? Junge, das ist viel zu arg, was du machst. Ich habe keinen Shop mehr. Mein Shop ist einfach weg. Du hast den umgebracht. Oh, warte. Ich brauche ein kleines Holz. Warte, ich brauche eine Platte. Muss ich mit dem. Wollen wir deine Base noch schön machen? Ey, hau. Guck mal zu deiner Base. Guck in. Hä, was? Guck zu deiner Base. Nein. Alter, du löst die ja komplett auf. Junge, mein Bett ist gleich weg. Weißt du, wie gemein das ist? Das ist dein Ende. Junge, weißt du, was dein Ende ist? Nimm das. Alter, das ist eine Granate. Geh weg, Junge. Was macht die? Ich bin vergiftet. Warte mal, weißt du, wo dein Bett ist? Weißt du, was jetzt damit passiert? Nein, ich platziere jetzt Bomben. Was geht? Nein, nein, nein. Du, sowas nicht. Ja, ich löse jetzt deine Base auf. Alter, ich sehe gar nichts. Ich bin in die Luft geschleudert. Alter, mir ist so schlecht wegen deiner Giftgasbombe. Oh, jetzt ist der Fett weg, Alter. Aber ich glaube, ich bin immer noch vergiftet. Warte mal, meine Base steht noch. Ist dein Bett noch da? Alter, wie deine Base einfach aussieht. Ja, deine sieht gleich nicht besser aus. Hä, was? Ey, deine steht ja noch. Ich glaube, das ist dein Ende. Ey, ich komme nicht mehr rüber. Ey, Leute. Was geht? Ein Fall auf. Ich bin ein Fall. Nein, bitte. Ich schiebe die E runter. Ich schiebe die Bombe runter. Warte. Tschüss. Nein. Tschüss. Alter. Hör auf, das werden immer mehr. Junge. Nein. Ich muss die alle runterschieben, Junge. Ey, alle nicht geklappt, Mann. Was willst du jetzt hier noch tun? Du hast verkackt. Äh. Was geht? So. Klappt das? Junge, ich mache dir kein Damage. Hier, komm. Ich gebe dir die letzte Chance. Komm, rüber. Ja. Ja. Warte. Ich komme zu dir. Was geht? Aber du guck nicht anfassen, okay? Ja, ich mache nicht. Was geht? Leute, habe ich dich besiegt oder was mit dem Schwert? Mein Bett war ab. Ja, Junge, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen, Alter. Und verdient. Junge, verdient, Alter. Ich habe gewonnen. Aber ja, Leute, ich würde mal sagen, lasst ein Like da. Lass da und da. Nee, du wartet jetzt. Hä? Nee, guck auf Anti-Space. Was? Reicht mir. Was machst du, Junge? War es frech. Hä, was machst du da? Alter, was machst du, Alpha? Der Bett steht noch, oder? Ja. Alter, was ist das? Junge. Lass ein Like da. Lass da und da. Wenn es euch gefallen hat, hat Alpha ein schwarzes Loch gespottet. Bis im nächsten Video und tschüss.